Norddeutscher Rundfunk 2021 Ich habe noch die Probleme, die Wörter vom Handy auf Internet zu nehmen. Ich habe meine Kamera zwar dabei, aber ständig mit zwei Geräten hantieren und das wegstecken und das einfangen. Die WLAN an, zack. Das Handy kopiert sie dann automatisch. Das ist schon ein Konvolut. Auf dem LKW sind sie jetzt groß. Für den Backe werden sie wohl läufig. Für den schönen Rundfunk. Gucken wir mal das hier noch. Weil wir wachsen. Ja, das ist ein Gift am Wald dran. Die wohl hier laden. Ich muss es einfach lassen, wenn man es hier für den Stimmen kommt. Wenn man sie laufen lasst. Und dann muss sie gehen. Könntest du auch immer laden. Ich bin ja laden. Ich bin ja laden. Ich bin ja laden. Du hast schon wieder Akku. Wetter in Akku. Ich bin ja laden. Das war noch zehn Minuten vorher. Oder so ein paar Stunden an der Wagen. Da wagen wir. Ja, das ist ja. Ich bin ja laden. Ich bin ja laden mit dem Lauflein. Der ist brutal, oder? Aber das ist ja immer ein Tretchen in der BDF. Genau. Das ist alles so süßlich. Das ist das Schwäfel. Das ist die Kina, oder was ich nicht so weit erwischt habe. Das sieht ja heute aus. Ja, was du mir sagst, das ist so geil. Oh, nochmal ein Teil. Jetzt kommst du mit einem Teil. Ach, da kann ich mal ein Teil fahren, da kann ich noch mal ein Teil fahren, da kann ich so ein bisschen greifen. Ja. Hier geht die Kapitäre, oder? Ja, da kann ich nicht sein, da kann ich nicht sein, da kann ich nicht sein, da kann ich nicht sein. Da kann ich nicht sein, denn da kann ich nicht sein. Ich bin zufrieden. Wenn du hier zugängst bist, das stimmt, ich glaube nicht, ich kann mal rauskommen. Ja, du schreibst zugängst. Du gehst weiter? Ja. Also, das muss ich mal sagen. Du meinst, dass er sich nicht eingräbt? Nein, Jürgen hat die Befürchtung, dass noch zwei dastehen. Ach oben. Wenn es hier... Wow! Aber irgendwie... Ja! ... ... Untertitelung des ZDF für funk, 2017